Du siehst es glaube ich hier, die spielen gleichzeitig. Also wenn wir LEC-Spieler durchgehen, wer könnte es sein? Es ist auf jeden Fall nicht Gielus, auf jeden Fall ist er viel zu gut. Es ist auf jeden Fall nicht Sansara, es ist nicht Razog, es ist nicht Safemade, es ist nicht Jankos, es ist nicht Razog, es ist El Yoya, also El Yoya könnte sein. Du musst einfach mal die Zeiten abgleichen, du musst einfach mal die Zeiten abgleichen, vor zwei Tagen um 11.50pm, vor zwei Tagen um 11.30pm, passt nicht, okay es ist nicht El Yoya. Ich denke der hat diesen Account vor einer Stunde gespielt, passt auch nicht. Schlatern, stimmt Schlatern, kann es sein, ich glaube das ist echt Schlatern, Ich glaube das Schlatern, makes sense, vor sechs Tagen, das heißt wir haben nur noch Schlatern übrig, ne. Ich glaube es ist Schlatern. Rival, dass man alle Account preisgeben, ok wir spielen gegen Latyrus, fuck this game. Das ist das richtige Ding, das ist wenn ich fliehen, nicht all, ne. Oh yes, oh yes, 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 yes. Doppelkühl. Ich darf zuerst für die Fiora durchzulaufen, weil der Karzik ist schon tot, der hat keinen Jump, kein Elec kommt da nicht mehr raus. Ich glaube wir gehen jetzt erstmal Base roll, unsere Blessing Wand und dann können wir weiter gucken für Bob Land. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Woher kommt die denn? So lucky mit dem Jynx- mit dem Jynx-Object. Oh nein, ich wollte Loot und spawnen. Okay, it's okay. First time. Genau, Kha'Zix kriegt keine Isolationsschaden. Richtig spinnen, deswegen... Weiß es nicht. Ich hasse dich Latyrus so sehr. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich einfach so sehr, mate. Ich hasse dich so sehr! Mann! Stirb doch einfach! Jo-je! Hör dich deine Nachbarn denken, du seist ein Psychopath! Ja und ja! Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach auf mich selbst höre. Weil ich weiß, wir sollten nicht dieses Play machen. Und einfach Botlane das Gamecarri'n lassen. Der Harald an sich ist natürlich nichts wert, wenn wir nicht den Charge durchkriegen können. Aber ich bin mit Sims sicher, wir können irgendwie die Bart-Ult oder so Khorst oder Fleck-Bart töten. Ich habe mich nicht das füronyge sprayt. Ach. No, ich weiß es nicht die. Der Harald wird das gemacht. Das ist ein reakt. Mind was, dass du jetzt den Schaden zurückkriegst. Ich habe mich nicht so gerne! Ich habe mich nicht zu Recht. Ich habe mich nicht! Ja. Ich habe mich nicht zu Recht. Ich habe es dir gesehen. Ich bin schon gemmacht. Ich meine, es bereits dead. Ich habe mich nicht zu Recht. Ich habe mich aber, du까? Ich werde mich schon gesagt. Wir müssen unbedingt das Game jetzt beclosen. Das ist so throwbar geworden jetzt. Ich habe das Game verloren, glaube ich. Das darf nicht passieren. Oh mein Gott, was ein gigantischer Throw. Oh lord. Go Group, 5 men. Get next in half. Nein, das ist nicht schlecht, aber ich glaube, wir müssen halt clean Fights gewinnen, damit wir Structures nehmen können. Und ich glaube schon, dass Kiana 100 Mal mehr wert ist als die Theora. Mit Ed, du kannst nicht so viel farmen. Oh mein Gott. Kiana, pink den Ocean Dragon! Junge, komm doch einfach zu uns und dive die Scheiße, please! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir werden outscaled und wir enden nicht das Game. Also... Ich bin nur noch even level gegen Kha'Zix. Die farmt die ganze Zeit den Jungle. Werden wir einen In-Nip-Down haben, Alter. Wir brauchen unbedingt Nash und müssen dann ganz clean benden. Aber ich weiß nicht, ob das noch easy ist, den Nash zu kriegen. Also das Game ist super, super, super loseable geworden. Holy shit. Da ist sie einmal dabei, ne? Ah... Oh nice. Actually, In-Nip Nash. Das stimmt. Das war's für heute. Es ist so frustrierend, dass wir in dieser Position sind, Mann. Super Schaden, Alter. Ja, unsere Kiana muss leider erstmal basen. Das Problem ist halt, dass wir outstrailt werden und das Game nicht wenden können. Und die halt extrem viel Free Farm kriegen. Ich bin so mad. Wait, die Vex probiert nicht zu falten. Noch länger zieht sich das Gaming. Ich kann euch nicht sagen, wer das Game gewinnt. Aber vom Scaling her, glaube ich, sind die schon besser dran. Es ist nur der dritte Dragon, der macht hier keinen Unterschied. Es ist absolut whatever. So, wir kriegen jetzt 16 auf ihren Champs. Wir müssen warten, dass wir einen Fehler machen. Wir haben keine andere Wahl mehr. Das ist unser Fehler. Oh Gott, Blaster ist endlich gerade ein Fehler, Mann. Es ist leider nicht mehr Game. Es ist nicht Game. Es ist nicht Game. Es ist nicht Game. Das ist nicht Game. Das ist nicht Game. Ich kann es nicht glauben. Das war ehrlich so ein insaneer Fight. Wir haben die FIWAR gecatcht. Den Kazis gecatcht. Jetzt nur noch einen vierten Match. Es wird einfach ein 40-Minuten-Benger statt, ein 15-Minuten-Stop. Ich kann es nicht fassen. Das war ein 15-Minuten-FF für die eigentlich. Ich kann ihnen ihnen zeigen. Ich will ihnen zeigen. Wer will sie mit dir hören? Was bist du? Es ist ein Scam? Garde, sag mir. Es ist ein Scam. Nein! 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 Nein!!! Okay, das ist nicht flieg. Ich muss mir sagen, warum das Portal nehmen. Alter, wir haben Minute 14 den Inip genommen und wir brauchen 20 Minuten um das Game zu beenden. I fucking kidding me, ey. Ich bin 10 Jahre gealtert durch das Game. Ich bin einfach 10 Jahre gealtert. Wollte ich den Goldgrafen anschauen. Also Minute 14. Wir sind 8000 Gold ahead. Aber wir können einfach nicht closen, weil wir durchgehend nicht groupen. Und die Gegner halten sich einfach durchgehend.